Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von den TestoLeos. 14 Tage mit SweetCoin, das ist das Thema. Wir gucken uns heute mal ein paar Rechenbeispiele an und zwar gibt es ja hier einen Fernseher und wir schauen mal wie lange ich denn benötigen würde um diesen zu erhalten und ich zeige euch halt die Ergebnisse von den ersten 14 Tagen mit SweetCoin. Nach dem Intro geht es los. So und zwar gucken wir uns das jetzt mal hier auf meinem Handy an. Ich bin jetzt hier bei SweetCoin, heute schon 278 Schritte gemacht. Also gerade mal aufgestanden. So und zwar was wollte ich euch zeigen. Erstmal kann ich euch das hier zeigen und zwar hier, dass es wirklich 14 Tage sind bis jetzt. Ich zähle natürlich ab hier und den hier oben lasse ich aus. Jo und zwar bei SweetCoin gibt es ja total verrückte geile Preise. Ich habe hier doch nicht gefunden wie ich irgendwie einfach nur das Geld auszahlen lassen kann. Hier den Fernseher würde ich euch mal zeigen. Das ist so das teuerste was ich bis jetzt hier gefunden habe. Und zwar kostet der 17.500 SweetCoin. Wie man da ja sehen kann. Und zwar habe ich mir hier mal ausgerechnet. Bis jetzt der 102,56 verdient. SweetCoin. Durch 14 verdiene ich also im Schnitt am Tag 7 SweetCoin und 33 SweetCoin Cent oder so. Also 7,33 SweetCoin am Tag. Bis jetzt. Und das wären hier diese 17.500 habe ich jetzt einfach durch 7,33 was ich ja durchschnittlich am Tag verdiene gerechnet. Und dann komme ich auf 2387 Tage. Also das ist schon ganz schön heftig. Wenn ich jetzt in Abhängigkeit der Schritte mache ohne diese Bonus. Also ich kann ja hier auf Werbung gucken. Und wenn ich das mal nicht machen würde, dann würde ich tatsächlich auf 2.500 und 8 Tage kommen. Wie viele Jahre sind das? Nehmen wir hier die 2.300. Rechnen wir mal durch. 365. Im Schnitt 6,5 Jahre. Und dann kann ich mir schon den Fernseher leisten. Und zwar hier steht aber auch. Ach ne. Dann habe ich mich. Ach ne. Hier. Endet am 16. Oktober. Also ich glaube den Fernseher. Das wird wohl nicht mehr. Mal anklicken. Oh. Oh. Guckst du dir an. Christopher ey. 17.000. Was ist das? Was ist das hier? An der Artikel in Marathon oder was? muss schon fleißig sein hier sehen wir auch den preis 1299 dollar genau also das sind jetzt die bisherigen ergebnisse meine ihr seht also ich muss mich hier noch ein bisschen anstrengen ich werde mir mal anstrengen und dann hier playstation 5 20.000 gut leute ihr habt es verstanden ich muss mir hier noch mal richtig anstrengen damit ich mir überhaupt was leisten kann wenn euch das video gefallen hat dann gebt mir einen daumen hoch und abonniert den kanal bis später das demnächst